Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück zu ner freshen Runde Satisfactory zusammen mit dem Robin Moin und dem Mike Hallo Und in dieser Folge wollen wir uns mal weiter um die Produktion kümmern für diese Zubehör Dinge, für den Weltraumlift Da haben wir auch die erste schon fast fertig, ich muss jetzt hier nur noch die Stahlträger mal rüber lunzen Und ähm Danach wollte Robin, was wollte Robin machen, Platinen glaub ich Robin? Genau, ich werd da mich mal rüber heizen und Platinen produzieren Ähm, für die adaptiven Dingensbumsgedönse da Toll beschrieben Ja, mir fällt grad ne Name her ein Äh, ich guck schnell nach, ich steh grad eh an dem Teil dran Mehr oder weniger Dann sehen die Leute gleich nochmal das Rezept, um es sich wieder in Erinnerung zu rufen Na geht, wenn ich rankomme So Und zwar für die adaptiven Steuereinheiten Die benötigen nämlich 10 Platinen pro Minute, wenn ich das richtig sehe Und eine Produktion alternatives Rezept macht 12,5 Und die Kiesesäure dafür hat ja der Mike schon mal vor geraumer Zeit schon in Produktion gegeben Das heißt, ich werde da bloß noch ein bisschen was nachrüstieren müssen Für so ne gesonderte Produktion Die wir dann zu zweit, wie ich gehört habe Luke Dann heute mit nem Förderband rüber ziehen Ja Gut Das ist unser Plan 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 Wir wollten nämlich direkt vorbereiten, auch wenn das unsere Stromkapazität möglicherweise dann noch nicht hergibt, alles gleichzeitig zu produzieren Das dann alles schon mal vorbereitet haben, damit wir den Lift langsam mal voll arbeiten können Lift, 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 lift Genau Also dann eher so schrittweise, dass wir immer so ein Part nach dem anderen da produzieren und reinlaufen lassen Bis wir dann soweit sind, dass wir dann auch mehr Energie produzieren können mit den vorhandenen Ölgedönsen Dönig Das wird aber noch ein kleines Weichen dauern So, was ist jetzt hier bitte im Weg? Das Kabel oder was ist das? Hä? Schuh Sagt mir hier wäre was im Weg, aber hier ist doch eigentlich nichts im Weg Vielleicht ist da irgendwas unsichtbares im Weg Ah, das könnte der Lift selber sein, warte mal So, ich hoffe das funktioniert jetzt so wie ich es vorhabe Dann komme ich nämlich hier an dem Stahlbeton vorbei Was ich übrigens schade finde, was ich gerade so merke Diese Wände mit den Förderbandausgängen Die gibt es nur als 1er, 2er, 3er und den 1er gibt es nur in der Mitte Warum gibt es den nicht rechts oder links? Ja, das ist auch schade Das stimmt allerdings, ja Äh, warte mal, warte mal, warte mal Wir haben doch jetzt seit dieser Version Haben wir doch hier irgendwie so, äh, bezüglich nochmal andere Baummodi Ich gucke gerade Nee, hier nicht, bei Wände nicht, schade Aber hier bei Pipes zum Beispiel, da hast du das ja Da kannst du ja andere Baummodi nehmen Vielleicht wäre das hier auch machbar gewesen, aber nee, denkste Oder? Oder? Oder wie, oder was? Nee, es ist nicht so, ne Beispielgebäude? Nee, auch nicht Ach ja Es ist, es ist, es ist, es ist schade ist das, ja Nö, ist nicht so So, ähm, dann, 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 hier, dann, dein, äh, Abführmittel läuft Sehr gut Das ist ein blödes Wortspiel Ähm, dann komme ich jetzt nochmal hoch, werde da nochmal Strom andengeln Wo waren wir? Machen wir ja am besten hier von drinnen Da kann ich gleich nochmal gucken, wo wir hier den Strom hatten Mal, geht das bis ganz nach oben, das Ding? Na, so gut wie So, ich nehme mal da ein Loch rein, und dann gehe ich doch mal hoch So, dann, hm, kann ich jetzt hier das Förderband mal an die Ecke legen? Mr. Eggerman Und da muss ich euch aber gleich schon mal eine Sache sagen Er hat denn Er hat denn Er hat denn Wenn wir die Lift-Geschichte dann haben Dann ist das momentan erstmal das technologische Ende Oh, ja, okay Bis Update 4 dann kommt Genau Den, äh, Tier 7 haben wir dann noch Tier 8 ist momentan noch nicht verfügbar Da hat nämlich letztens, ähm, der Alex H. war das glaube ich, gefragt, äh, ob das ein Bug ist oder was auch immer Und dann wusste ich das auch nicht in dem Moment, da habe ich auch den Gamer-Uhr die mal gefragt, ob er da vielleicht eine Antwort drauf hätte Und er hat uns dann bestätigt, okay, momentan gibt's da halt auch kein Content für Soll aber logischerweise dann mit dem nächsten Update hoffentlich kommen Ach, das kommt ja sicher auch bald So, ausgesprochen Ist ja schon jetzt zum Mitte, Ende Juli angekündigt, ne, soweit ich das mitbekommen habe Wahrscheinlich wieder zu irgendeinem random Dienstag Ja Obwohl ja da, äh, Olle J letztens in dem Video auch gemeint hat, äh, vielleicht ist es diesmal doch kein Dienstag Ach was Großer Schock für die ganze Gaming-Welt Alles bricht zusammen Alles bricht zusammen So, jetzt nochmal Wo ist denn der Elevator? Meinst du das große Ding da am Himmel, was diese Linie nach oben zieht? Not this Elevator, sondern Der Elevator für die, äh, Rohstoffe, die ich hier jetzt reinführe Zack, so Äh, ich hab Stahlplatten, ne, warte mal, wie heißen die Dinger? Stahlträger angeschlossen Das ist sehr gutes Timing, ich hab mich gerade drum angeschlossen Ja, ich seh's grad, die Produktion löppt Löppt Fünf Teile pro Minute, wie viel brauchen wir? Zweieinhalbtausend, oder? Wollen wir Batterien reinploppen? Warte mal, ne Zweieinhalbtausend, fünfhundert, geteilt durch fünf Sind fünfhundert Minuten Ich hol Batterien Fünfhundert, geteilt durch sechzig, acht Stunden Das ist ein bisschen arg viel Außer ich würde jetzt hier über Nacht laufen lassen, dann kann ich aber nicht die Folgen hier rendern für morgen Rendern Ich weiß es nicht Ähm Ja, aber wenn... Also, den modularen Rahmen reichen auf jeden Fall Ich weiß jetzt nicht, wo du die Dinge zergenommen hast Die Stahlträger Ob das reicht? Aus dem Stahlgebäude, aber wenn das Stahlgebäude nicht am Strom angeschlossen ist, reicht das nicht Ist es angeschlossen? Dann reicht es Dann wird nämlich auch wieder nachgeballert Jetzt ist aber die Frage, ob denn da bei den Stahlträgern noch ausreichend Produktion vorhanden ist Ja, mehr satt und genug Stahlträger So Das hatte ich noch gesagt, da sind zwei oder drei Produzenten, die gerade ins Leere produzieren Genau Sag mal, habt ihr jetzt... Was denn? Hast du jetzt nochmal diese Cyberwagen jetzt nochmal gebaut? Ich habe meins abgerissen Wo kommen die drei Dinge her? Ja, ja Ich habe die designmäßig dahingestellt Dann mach es wenigstens symmetrisch, verdammt Habe ich versucht, aber die lecken bei mir rum Hä? Also stell du sie gerne hin Äh, du, bei mir jetzt aber auch grad ein bisschen, ich kann die nicht kopieren Siehst du? Ah ne, warte mal, das ging glaube ich genere nicht bei Fahrzeugen So, und jetzt muss ich unterbrechen, denn ich muss pöbeln Pöbeln Der Hans Wurst hat hier den äh Falsch verschriftet Ich komme hier hin und denke mir dreimal reine Kohle und das ist alles normal Weiß ich nicht Kann das vielleicht durch ein Update sich auch geändert haben? Nein Bestimmt nicht Wenn das, dann wird das falsch beschriftet Garantie Ja, da steht Kohle rein und normal Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Na guck doch nochmal genauer nach, ob da nicht doch irgendwo eine reine Quelle ist Weil es muss doch einen Sinn haben, dass ich da, das werde ich gewesen sein Dass ich einmal rein und einmal normal geschrieben habe Nein, nein, da bin ich doch gar nicht Ich bin da, wo ich hier am Arbeiten bin Den habe ich gerade aufgehoben, den Signalisator Aber was angeklemmtes soll ja aufgehoben werden Ich stand dreimal rein Das Gebäude hier wollte ich denn noch abbauen Schon wieder am abkühlen? So, Batterien sind drin, jetzt klöbben wir hier 12,5 pro Minute Okay, das beschleunigt das auf ungefähr 3 Stunden, grob geschätzt Ja, so piem man da oben So lange dauert es auch, bis ihr die anderen Sachen fertig habt Höchst wahr steinlich Ey, Luke, was geht ab? Ich glaube, der schreit nach Schmerzen heute Der Mike? Ja Äh, ne, ne, mit dem lege ich mich nicht an Ja, das kann es knicken Peikling Haha, der kann dich zum Weinen bringen, Junge Das sag ich dir Da wächst kein Gras mehr Mike, 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 Mike Ich habe einen Charakter in Space Haven Mike genannt Und instant hat er Mittelfinger hochgehoben Ja, also da musst du Bescheid wissen eigentlich Absolute Vorsicht ist da geboten So, hier sind die schweren Rahmen Äh, adaptiv brauchten wir hier, ne? So, was brauchten wir denn jetzt? Jetzt brauchten wir diese, wie heißen die? Automatische Stabelung Genau Stator Äh, dann düß ich mal eben rüber Ja Und gucke mal hier wegen, wegen, wegen Gedönse Hier, äh, sag doch, äh Gedönig Ja, mach mal Das, 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 äh Mensch, wie heißt das Ding jetzt nochmal? Hier, hier, das, äh Platin Genau Aber, doch, ich gebe nicht richtig, okay So Brauchen wir nochmal ein paar Kabel wahrscheinlich, so wie das ausschaut Ich habe mich grad ein bisschen weniger Dann schaue ich nochmal am Baustoffgebäude vorbei Ich wollte jetzt mal gucken, wo kommen nochmal die Statoren an? Wo werden die nochmal verwurschtelt? Bei der Motoren, äh, äh, Dingens Ja, die ist die Statoren Ja, die ist zweite, oder dritte, oder welche Etage war das? Zweiter, äh Freizeichen Ah, hier Muss doch wissen, wo du die modularen haben, her Nimmst, weil da wo die modularen herkommen, das kann dann nicht die Motorenetage sein Ja, ich habe sie schon gefunden Ich hab den, den, Fahrstuhl gefunden Ja Und das Schöne ist ja, wir brauchen ja dann, äh, danach auch die Motoren, für diese modularen Motoren, oder wie die sich nannten das heißt da können wir dann rohtoren wieder anstöpseln und motoren rausstöpseln also für diese andere komponente ja klar noch schöner wäre das wenn wir es alles gleichzeitig produzieren aber wie gesagt da lassen wir den mike jetzt erstmal da hinten rumspielen mit seinem schwefel und seiner kohle und wenn er sich dann ausgespielt hat können wir dann wieder mehr energie produzieren wie kein kontrakommentar glaubt der mike ist kaputt ich bin halt gerade produktiv da kann ich mich nicht die ganze zeit mit unterhaltung anderer menschen er hat keine zeit für den pöbel hat er gesagt aber produktiv wie werden wir mehr energie produziert hier mal zu mir ja ich kann auch das was ich bisher gemacht habe einfach abreißt und mich ausloggen ich habe das selbst gehegen ganz klar ich verdammt daran habe ich nicht gedacht daran merkt man dass robin noch unerfahren ist ich baue hier eine wunderschöne garage für deinen beknackten lkw und du fundamentierten einfach zu hast du denn eine garage gebaut gehabt beim baustoffgebäude zwischen raffinerie und baustoffgebäude ach das haben wir so als garage versucht nicht garage parkplatz parkplatz meine schuldig garage parkplatz einfach mal komplett so rotzefrecht zu fundamentiert entschuldigung dann war es für mich nicht erkennt was es sein sollte und noch nicht mal das gebaute abgerissen ja noch nicht mal das gebaute abgerissen du fauler sack verarbeitet wie auch nicht es steht immer noch so darf ich sie baute habe ja ja die manufaktor falsch rumgebaut ja so spaß machen wir sagen lassen ja ja geht geht hat rauf in erfahrung mit ja übrigens mich immer noch jeder dann deine super brücke die hat immer noch kein stürzweiler ja und ich erinnere dich an die folge wurde mir noch gesagt dass ich wäre nicht in der lage brücken zu bauen automatisch verkabel ging da hoch und da kann ich mich erst mal kürzen wie viel denn da ist du bist kupfer ja du bist kupfer zweimal mk2 und hier hätte ich jetzt gleich alles kabel rein damit ich dann haben nämlich auch schon die produktion geil 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 machen wir machen wir machen wo die kabel gerade her aus dem kuffergebäude unten wollte ich die jetzt nehmen aus dem alten kuffer gebäude ja das sind aber schon die die rüber laufen für die computerproduktion recht ja es laufen da ist nur ganz da ist nur ganz minimal kupferbarren übrig da kannst du eine gießerei oder schmelzer wie sich das nennt abzwacken weiß nicht ob das noch reicht für dein rezept ich schau mal eben ich guck mal wie viel das braucht wofür brauchst du die kabel ach so hier für die automatischen dinge aber ja ja es könnte reichen die brauchen 50 kabel pro minute dann reicht es nicht mehr dann reicht es überhaupt nicht okay wie wenig produzieren wir denn nur das ist nur da unten für für die weiterverarbeitung zu computern ansonsten haben wir im baustoffgebäude haben wir ja noch containerweise kabel also wir produzieren 60 pro minute ja sehe ich gerade 60 60 stimm ich habe die eine jahr auf 100 prozent laufen da könntest du runter drehen theoretisch und geht dann die barren abzwacken ich brauche aber doch nur kabel warum soll ich mir denn was runter drehen warum wenn ich einfach kabel abzwacken kann weil die kabel für die computerproduktion sonst aber hörst du nicht zu ja aber wenn ich kuffer abzwacke und der weniger kabel produziert kann ich mir doch einfach kabel nehmen anstatt weniger kabel zu produzieren ja bitte da ist eine reihe mit drei schmelzöfen die eine kabelproduktion herstellt ja da kannst du dir auf jeden fall ein teil abzwacken an kupferbarren ja ach so ne warte ach jetzt warte wo du hinaus willst doch gott jetzt jetzt hab ich die lange leitung gehabt aber alter war die lang die hat klar wir produzieren ja schon zu viel kabel aber halten deine leitung ausreichend zu viel hat ganz russland mit öl versorgt nicht andersrum aber luke ja wir machen nicht so eine überproduktion an kabel dass es für dich reicht ja dann müssen wir das ist dann noch mal draht und kabel mit rein stellen stellen da guck mal da unten nochmal durch da sind irgendwie drei schmelzöfen aneinander dran die nur in eine einzige kabelproduktion laufen da könntest du eigentlich doch mal eine weitere kabelproduktion unternehmen stellen die dann halt nicht zu 100 prozent läuft ok ja das kann ich machen ja dann dann führst du dir das lieber direkt separat nach oben statt das aus dem aus den zwei dingens container daraus zu nehmen 2.500 dinge das andere dinge das wird nicht reichen was der dank kabel haben ja ok da war ich jetzt hier noch mal hier sind kapitel ich wollte aber oben was gucken dann guckte hier hin so kann es sein dass hier eine still steht die für alles einmal durch ja außer kiesesäure dahinten da stand der still das war schon vor reserviert so ich habe jetzt eine kupfer produktion weggenommen und macht daraus kabel sollte lang ich glaube da kannst du sogar wie gesagt immer noch mal ganz ganz kleinen teil aus der anderen ich brauche nämlich 45 und ja genau 45 brauche ich für die computerproduktion und 60 werden produziert das heißen teil von den bereits stehenden könntest du dir über den splitter noch eventuell mit abzwecken ja das klingt gut ja dann kannst du nämlich eine produktion so hinballern mit 30 jeder produzierten dann noch mal die die restlichen 20 dann für für oben das auf deine 50 kommt ja moment moment draht kabel hat er echt 60 kupferblech pro minute für eine computerproduktion muss ich schon mal glatt kücken es reicht dann nicht ganz an kabel aber aber fast das heißt es wird ein bisschen langsamer sein nein okay aber es ist okay es ist ja auch nicht alles von dauer das ist ja nur eine temporäre bis es voller ist ja auch eigentlich nur so weil wir das ja auf dinges gezogen haben auf drei batterien na ja genau so 30 grad pro minute stelle ich her 30 benötige die läuft jetzt auf 50 prozent die der eine und bei der anderen kann ich noch mal 15 wegnehmen möchte ich jetzt richtig verstanden habe 45 brauchst du ne genau 45 brauche ich ja dann kann ich 15 wegnehmen dann produzieren wir 10 zu wenig 15 zu wenig dann nimm doch und vielleicht noch eine batterie raus oder so dann fressen wir weniger energie ähm wo soll ich jetzt wo soll ich eine batterie rausnehmen sag nochmal ganz oben bei dem vielseitigen rahmen ach nee ach du bist das schon bei den nächsten dingen alles gut ach gott leute es ist halb zehn mitten in der woche hier blöden arbeitsdach wieder hatten alles also lief nicht ganz so schön so und 20,5 kupferblech werden gefressen schade ich habe eine ganz leichte überproduktion sonst hätte ich gesagt ich zeige mir doch mal was ab aber das sieht schlecht aus obwohl warte mal wenn ich jetzt hier für produzenten sind das das lang nicht gut dann brauche ich doch noch mal eine weitere kuppa gedönse sondern muss ich jetzt hier gleich gucken ob er da unten mk2 minen dran hat oder ob es noch mk1 sind weil da könnten wir da aufwerten und einfach das kupfererz splitten das sind mk2 wunderpro alle beide ich bin mir ziemlich sicher so ich nehme an dass du recht hast weil du schon mk2 förderbänder dran jeweils nur den scanner 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 ist jetzt auf der fauna die eine kupfermine war das nicht sogar die wo wir noch mit batterien gearbeitet haben sogar wo wir noch die feststellung hatten dass ich da nicht reingehen konnte weil es dann ausfällt ich bin jetzt gerade am computer erbeute bei den kupfer dingern dran ach so ja da habe ich keine ahnung die hast du gemacht die habe ich gemacht wie genau die hast du gemacht für den platin aber das sind mk2 drauf gesetzt ja genau ja aber ich habe die gleiche in der nähe noch mal ein kupfer vorkommen muss ich noch mal eben finden ja und hier ist 300 meter von computer erbeute entfernt von daher das sollte dann muss man gucken was für eine sorte es ist so muss ich jetzt hier rüber ist normal dass das sollte lang nicht mehr manuell abgebaut hier bös ist er fort da kann ich okay sind alle tot ich bin gerade so umgeguckt habe erstmals planlos wie immer dann verdammt kriegen jetzt auf die schnelle modulare rahmen her ohne einmal ja kann ohne so komme ich denn jetzt hier mit rüber hier ist ja alles vollgekleistert aber warte mal ich oder kann ich hier raus dahin wir haben gerade beide warte mal gesagt auch nicht schlecht habe ich keine signalisatoren hier ausgerüstet das ist ja eine saurerei ist dies da komme ich echt nirgendwo hoch ja dann müssen wir das temporär ein bisschen unschöner machen als gedacht aber es ist ja auch wirklich nur temporär da können wir doch oft nicht mit leben oder hallo? 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 moin, hi, alles klar? hallo? ha ha ne da drücke ich jetzt nicht drauf dann komme ich wieder durcheinander hier ich muss mich jetzt konzentrieren hier da hast du schon streamdeck ja und kommst trotzdem durcheinander willst du mich rollen? ja weil es vollgeknallt ist mit knöpfen wenn man das hat knallt man das voll mit buttons und dann kommt man immer durcheinander wo ist jetzt mein förderband hin? das gibt es ja wohl nicht, ne? so ihr habt probleme? ja, first world ich hab Sam gefunden Sam ist er jetzt ein Orden? ja du hast was nutzloses gefunden ich wollte gerade sagen ich möchte jetzt ein Orden dafür dass ich ein Erz gefunden habe was wir überhaupt nicht brauchen ich habe es trotzdem abgebaut weil ich es kann schmeiße es in den Grinder warum kann ich das jetzt nicht bauen jetzt gehts ich mag ich frage nochmal in den was soll ich das schmeißen in den Grinder? Grinder ja den Schredder ja der heißt ja Grinder hast du nicht Schredder? heißt hier Schredder aber wenn du das Spiel auf eng gestellt hast dann steht da Grinder garantiert ja das heißt er glaube ich auch ja Schredder ist ja auch so ein deutsches Wort Schredder also S-H-R-E-D-D-E-R ist so deutsch deutscher geht nicht mehr ja fehlt nur ein C dann ist es deutsch das ist CH echt? ja das ist SCH schokolade jetzt habe ich auch gesagt schokolade schokolade nein wir haben noch sechs minuten in der rung ging es auch gar nicht ich habe mir nur gedacht der witz so schlecht ich lasse es einfach gleich bleiben das war eine gute entscheidung ja auf jeden fall so ok jetzt wird's nervig nein doch jetzt war richtig genau vor dem hauptquartier gestorben soll ich nicht wiederbeleben ich bin genau vor dem hauptquartier gestorben jetzt fängt das schon an dass das auch nicht funktioniert denn hättest du dir nämlich das item sortieren sparen können auch das geht relativ schnell na gut aber macht halt so auch eine hilfe nicht ist okay nächste expedition beim landeanflug ich habe am ende noch mal ein bisschen auf die leertaste gehämmert um zu bremsen aber irgendwie bin ich nicht richtig drauf gekommen und deswegen war dann tot dort zwei stück gut so da haben wir auch alles was wir brauchen das ist auch sehr gut ist dies und dann brauchen wir noch sowas da habe ich wollte ich noch mitnehmen siehst du das habe ich doch eigentlich mit hypertyp gefahren ich wollte doch eigentlich am baustoff gebäude mal vorbeischauen ist alles wieder richtig dran ja das ist so ätzend dass man diese wandhalter wirklich nur an wände bauen kann und nicht an fundamente ist richtig nervig ja das stimmt das habe ich auch schon ein paar mal angemängelt aber du kannst eine wand setzen wandhalter ran wand wieder abreißen aber wenn die wand schon mal dran ist dann kannst du so lassen aber auf die art weise hat man doch auch mal etwas rumgemuschelt wo wir eine wandhalterung an den fusionator oder später anbringen wollten irgendwie sowas da hat man dann einfach mal eine wand gesessen dann wandhalterung gewandt abgerissen und dann sah das aus als wäre das ding an dem gedönse dran ja ungefähr so war das universum ja ich hatte es nur hin und her düsen in die mitte aber das ist wieder zu steil das also ich bin von einer seite des gebäudes zur anderen in den lkw reingeportet und habe dann im fahrerhaus gesessen und hätte wegfahren können es wäre super toll gewesen wenn ich in diesem moment auch hätte irgendwie rohstoffe holen wollen aber nein das passierte ohne wollen ist also ungefähr so wie meine surfaktion mit einem lkw schlimm schlimmer ja der luke gar nicht mitbekommen damals ist es richtig da bin ich einfach nur mit vollspeed also laufend mit vollspeed auf den lkw drauf gejumpt und der lkw ist dann wie ein surfbrett weiter geschlittert während ich drauf dann geil das wäre super gewesen wenn du dabei gewesen wärst dann hätte man mich die perspektive von jemanden sehen können der außerhalb steht ich stand da nur umdrufen dinge hat sich bewegt klingt aber lustig ja also welche folge ist es auf jeden fall in einer der 20 folgen wo wir energie probleme hatten weil das war eine raffinerie ok oder 30 folgen ich habe das schon verdrängt es war so furchtbar immer noch über förderbänder statt drunter zu schlittern ich weiß es ist übrigens nicht schlimm dass wir zu wenig kabel haben was ach das instigiert das bitte es ist nicht so schlimm dass wir zu wenig kabel kriegen denn wir haben eh zu wenig produktion von schweren modularen rahmen das heißt wir müssen sie ein bisschen langsamer laufen lassen ok da passt es ja dann kann es ja vielleicht wenn die energie nicht zu hoch ist dann parallel laufen während ja noch die vierseitigen rahmen laufen wenn die vierseitigen rahmen fertig sind können wir dann das letzte komponenten gedönse da noch machen wird ja auch noch mal eine zwischen komponente benötigt und dann gucken wir weiter so ich bin jetzt soweit dass ich hier platinen und computer brauche ich jetzt gerade endlich mal die kupfermine für die platinen produktion an ich musste ja auch die ganzen sachen erstmal holen alles klar ich darf mich ja hier nicht vorbereiten aus kliniken ihr euch immer schon vorbereitet du bist du dich schlagen mich immer wenn ich vorher mal im winter aufräume deswegen habe ich auch immer am anfang einer folge keine energie mehr wenn ich am ende der folge davor energie hatte ok ich verstehe jetzt seine problematik hier nicht dass ich mich immer schlagen aber es muss sein aber warum ich will mich doch nur so vorbereiten wie ihr so dann helfe ich dir jetzt würde ich sagen das ist gut weil der rest ist schon fertig da oben offen auf dem eisengebäude steht schon der fabrikator diese automatische verkabelung wird schon da rein produziert schwere modulare rahmen habe ich schon da rein gelegt das heißt es fehlen jetzt nur noch platinen und computer dann würde die produktion auch laufen sofern wir genug strom haben falls nicht können wir den noch mal wieder abklemmen und warten bis die anderen fertig sind genau aber dann haben wir schon wieder aufwarten könnten wir uns ja dann daran versuchen die energie produktion ein bisschen hoch zu bringen weil ich glaube der meint der lässt uns damit jetzt alleine hier wie die lässt uns alleine nicht ich glaube der hat erstmal aufgrund der letzten 20 folgen erst mal die schnauze vor von der energie produktion möchte er auch mal was anderes machen der ist doch bestimmt dabei gerade oder hat er das nicht gesagt ich kümmere mich gerade dass wir endlich genug verdichtete kohle aber er erzählt ich kümmere mich nicht mehr um energie also ja was ist nicht du machst du musst wieder schießpäufer komponenten für uns ich rede hier von verdichteter kohle du kommst du ständig mit einem beschissenen schießpäufer naja kohle und schwefel fertig okay ja also bei mir hat schon gedengelt hier ja ist soweit ja das ist dann jetzt die die vierte folge der woche ja erinnerung richtig da hast du recht ich wollte aber zu dir laufen bevor ich jetzt hier anmoderiere ach so ach so aber ich finde dich gar nicht mal guck auf der karte ja ich sehe Mike ach da bist du la 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 ich bin hier in der Handel und hier ist alles leer ähm gibt es mittlerweile eigentlich nur so kurze Info zwei Bodyslots die man erforschen kann ähhhh müsste ich mal kurz in seinem Arm gucken ich glaube da ah ne das war ein Handslot das war noch ein Handslot die wir bekommen würden aber ich glaube Bodyslots noch nicht wär aber schön wenn das endlich mal kommen würde ja weil dann gar nicht weil so ein Sprungstezen und 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 Dingenszieht gleichzeitig das wäre ein Träumchen das wäre echt ein Traum wieso genau im richtigen Moment komm ich an ach ne du hast doch Stallbeton ne ja fehlt mir gerade ja ist kein Ding hier warte da obwohl mir grad noch einfällt ich baue das die ganze Zeit ich brauche es gar nicht hinter dir hinter dir hinter dir äh ich war hinter dir aber danke ja aber bei mir nicht so jetzt bin ich beim Robin angekommen der Mensch der definitiv kein Reparaturpro oder Kämpferprofi ist im Weltraum aber hier baut er was und äh damit würde ich sagen passt das schon wieder für heute wenn ihr äh Lust habt äh reinzuschauen wenn wir weitermachen und hier den ganzen Lift mal zünden dann schaltet doch nächste Woche wieder rein macht's gut Ciao Bis dann Bis zum nächsten Mal.